Hallo! 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 Meine Kinder, wie geht's euch? Ich fühle mich heute besonders natürlich, besonders unauffällig. Es sieht wirklich aus wie die Transflagge, wie die Transgender-Icon, Supporter, Explorer. Dora, die Transgender Explorer. Jeden Tag ist ein guten Tag, um kein Arschloch zu sein. Wenn jemand anderes wie du ist, ist gut so. Geh die Leute nicht auf den Piss. So, jetzt, dass ich alles rausgelassen habe. Poppich, ich schwisse wie ein Hund. I need something to drink. Ich flexing with my Versace. Versace mag. Bin ich dumm wie Brot, weil ich 1000 Franken für eine fucking Kaffeetasse ausgegeben habe? Yes. Wollt ihr wissen, was da drin ist? Cola! Because I'm... What a fat bitch! Meine liebsten Kinder, was zum fucking Teufel machen wir heute? Heute gucken wir sehr besondere und verrückte Hairstyles. Deswegen habe ich diese fucking Wig drauf. Und ich wollte hübsch und besonders toll für euch sein. So, ich würde sagen, starten wir den Maul auf. Mit den fucking Beats. Oh, ich bin pumped. Ich bin pumped. Ich bin so... Ich bin mit so einer schlechten Laune aufgestanden. Aber jetzt ist so viel besser. Ich bin unten! Ich filme, du Hässliche! Okay. Fangen wir mit das erste Bild an. Beim ersten Bild haben wir diese wunderschöne Königin, die nicht nur eine geile Frisur hat, sondern auch eine geile spitzige Nase. Ich verstehe die Frisur, Stan, wenn man sich kein Privatjet oder Helikopter leisten kann, aber die Erfahrung haben möchte. Bitch, klack! Wirklich, liebe ich, am besten wäre, stell dir vor, wie lustig wäre, wenn sie einen Motor da hätte und sie so... Und jedes Mal, dass sie einfach die Hater trifft, sie sagt, Bitch, ich habe keine Zeit für you. Sie klickt einen Button, das Ding fängt an zu fliegen und sie so... Und sie fliegt einfach wie eine Mücke davon. Aber deswegen ist wahrscheinlich das Ding an der Nase. Was hier eine Mücke ist und sie will dich in den Arsch stechen. Solche würden es lieben. Frisur Nummer zwei haben Roberto. Roberto ist ein bisschen knapp bei Kasse, aber er hätte sehr gerne einen Basketballplatz. Aber wie gesagt, wenn das Geld nicht reicht, ist es halt schwierig. Seine Freunde einfach kostenlos spielen können. Und er kann runter... Mein Gott, weißt du, wie lustig! Er rennt einfach rum. Und die Freunde müssen versuchen, ihn... ...den Ball in das fucking Loch zu stecken. Ich wollte einfach Baseball spielen. Not the Baseball! Basketball spielen! Ich bin Dora, die Flöten-Explorer. Oh mein Gott, ich würde so gerne eine Bockflöte. Eine Bock- oder Blockflöte? Very difficult at the moment. Very difficult. Frisur Nummer drei haben wir Pedro. Pedro war müde. Und Pedro hat den Anfang von einer Glatze gehabt. Und er hat gesagt, weißt du was, ich mache was Kreatives daraus. Ich habe keinen Bock zu arbeiten. Und ich habe keinen Bock, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, sich anfangen, eine Glatze zu haben. Deswegen, ich lasse mir ein sehr kreatives Gesicht auf dem Kopf rasieren. Stell dir vor, du kommst in die Klasse rein, in irgendeinen Ort, in einen Kaffee bei Starbucks. Und du siehst einfach Marco so am liegen. Ich würde dem Mann einen Kaffee geben, weil ich meine, this is too much. Aber das ist genau richtig. Das Job als YouTuberin ist sehr anstrengend. Nach drei Frisuren, ich kann schon jetzt nicht mehr. A pic in a wig. What the fuck? I love it, wirklich. Das ist so kreativ. Einfach ein Wildschwein. Ich will auch ein Wildschwein auf meinem Kopf. Mein Gott, und wie gut die Ohren gemacht worden sind von dem Schwein. Und wie macht man sowas? Wie kann man so talentiert sein? Ich bin einfach so dumm, überhaupt nur YouTube-Videos zu machen. Und überhaupt atmen fällt mir manchmal sogar schwer. Und es gibt Leute, die einfach das können. Das hier. Jetzt, dass ich das Schwein sehe. Ich weiß nicht so, mir ist es heiß geworden. Und ich weiß, ich brauche einen Mann. Because men are pigs. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nur laut gedacht. Aber wer liebt nicht die Wurst? Hä? Wir lieben einfach die Wurst. Eine chinesische Philosophin hat einmal gesagt, wenn ich Bock auf Wurst habe, wieso muss ich das ganze Schwein kaufen? Musst du nicht. Hol dir die... Der Schwanz, ja. Hol dir die Wurst. Und lebe dein Leben, Queen. Ich wollte sagen, Queen, Bitch, Witch. What is happening? Ich bin wie eine Schlange, die du... Weißt du die Schlange in den Korb? Nichts. Diese Frisur ist so disgusting. Ich hasse Spinnen. Ich finde, Spinnen sind so gruselig. Spinnen sind einfach... Sie haben so viele Beine. Ich mag keine Spinnen. Ich kann das nicht mal kommentieren, weil das ist so... Triggering. Boah, stell dir vor, du läufst einfach auf der Straße und dann siehst du einfach Roberto oder Rodrigo mit einer riesigen Spinne auf dem Kopf. Das heißt, was ich machen würde, ich würde einfach irgendeine Flasche nehmen und ihn einfach... What is this? Oh, das ist von Marvina. Wow. Oh, jetzt riech wie eine Stripper aus. Love it. Love it. Jetzt mal zieh ich das an. Mein Gott. Das ist... Das ist eine Sängerin. Das ist doch eine japanische Sängerin. Vor acht Jahren war ich das erste Mal in Japan. Und diese Frau hier, ich erinnere mich grad ihrer Name nicht. Schreib mir das in die Kommentare, falls du das weißt. Sie war so beliebt. Sie war wirklich die Lady Gaga von Japan. Diese Frisur ist actually very disgusting. Weil stell dir vor, du vergisst, dass du so eine Frisur hast. Guckst dich in den Spiegel. Du siehst einfach zwei Hände so. Oh, wow. Ich... Panic... Attackation... Of the situation. Letzte Frisur suchen wir zusammen. Mein Gott, ich kann nicht mehr. Stell dir vor, es ist dunkel. Du läufst in eine dunkle Straße und einfach von weit weg siehst du einfach das Gesicht. Ich kann nicht mehr. Very scary. Very scary. Very very very... Very scary. Very scary. Very scary. Bitpini, bitpili. Auf jeden Fall. Fernanda. Das war das Video. Ich curse mir nicht mehr. Meine liebsten Kinder. Liebe meines Lebens. Wirklich Freude meines Tages. Es war mir eine Ehre, eine Vernunft, eine Freude, mit euch das Video teilen zu können. Ich würde sagen, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, sonst siehst du meine supermuskulöse Arme. Bitch, ist sie wirklich wie Hulk aus. Auf jeden Fall, vergiss nicht, dir zu liken, kommentieren, abonnieren, guck die Werbungen durch, sei lieb zu deiner Mutter, weil ich hab dich rausgeschissen. Bis zum nächsten Mal, raus aus mein Haus.